Wir sind nun bei einem gefürchteten Boss zurück, 4 Boss Fisch und Chimps, das wird hier der Kugelfisch, auf dem extra schweren Modus, das wird echt ne haarige Angelegenheit, ich werd Dixie Kong hier als Bossgegner nehmen. Ich erwarte echt, dass das der bislang heftigste Bosskampf wird, den wir bis jetzt gehabt haben und ich hoffe, dass Dixie hier genügend Fähigkeiten mitbringt, um ihn zu bezwingen. Dieser Bossgegner vereint einige sehr unschöne Aspekte in sich zusammen, dass wir das Überleben hier auf dem extrem schweren Modus hier sehr, sehr schwer haben. Das erste ist offensichtlich, er ist hier zu 90% tödlich an seinem Körper, hat vielleicht 10% an seinem Hintern, wo wir ihm Schaden zufügen können und die restlichen dürfen wir einfach nicht in ihn reindonnern. Das zweite ist, seine Angriffe sind sehr fies. Wenn er uns hier ansaugt, ich weiß nie wie er reagieren wird, auch wenn er sich zu uns bläst, wird er mit dem Hinterteil auf uns zugeschossen kommen, wird er hier wie jetzt in einer Kugel sein, in der wir ihm keinen Schaden zufügen können. Das dritte ist offensichtlich hier, wir dürfen nicht an den Rand, wir haben wenig Ausweichmöglichkeiten. Und das vierte ist, er ist der einzige Bossgegner, bei dem wir auch noch aufpassen müssen, dass unsere Luftanzeige auch immer schön voll bleibt, denn sonst tut er uns jetzt ordentlich weh. Und ich hoffe, wir kriegen das irgendwie anständig gebacken, respektabel, wie sich das gehört. Also jetzt richtig dicke, jetzt kommt er auf uns zu. Bis jetzt klappt das noch ganz gut, aber ich habe wirklich die Befürchtung, dass er noch deutlich aggressiver wird, als ich das noch in unserem normalen Spieligkeitsgrad in Erinnerung habe. Er wird jetzt immer noch größer und jetzt nimmt er wieder den ganzen Bildschirm ein und da fürchte ich, haben wir ganz, ganz schlechte Karten mit ihm. Da sind wir jetzt gerade so unten durch, jetzt kommt er wieder hier auf die Seite, jetzt wird er gleich wieder nach oben ausweichen. Das ist fürchterlich, das macht hier richtig Angst. Aber irgendwie schaffe ich es gerade noch, das wundert mich selber, jetzt wird er uns wieder wegblasen. Der wird gleich, er wird jetzt mit dem Hinterteil hier angreifen und löst hier die Decke. Wir haben ihn irgendwie getroffen, jetzt schwimmt hier alles herum, da ist einer seiner Kumpels, der hat ihn abgeschossen. Und wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Das war ein unheimlich fieser Kerl, aber wir haben es irgendwie geschafft. Und ich bin ganz ehrlich, also bei ihm hatte ich die Befürchtung, wenn wir den nicht schaffen, dann werde ich den extrem schweren Modus nicht schaffen. Aber jetzt, wo wir ihn geschafft haben, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch den Rest dieses Spiels noch auf extrem schwer packen werden.